Henker, aber zwei Henker sind da. Die probieren wir mal so oder mal. Das hatte ich vorher auch mal gemacht. Wenn irgendwas ist, einfach alles einsetzen, was sie entweder verwirren, schaden oder töten kann direkt. Ja, vielleicht nix hat. Das ist kein Problem, wird getötet, nicht getroffen. Schon mal 50% erreicht. Und so hätte ich dann, wie gesagt, nur mal verwirrt. Das wäre schon wieder gewesen. Dann habe ich sie, ich noch mal Angelfe, super. Super. Gehen wir mal... Ne, da ist jetzt auch nichts. Lasse Kiste, ich sehe was. Alter. Verfluchte. Ich finde, sie ist verflucht aussehen viel geiler. Hallo? Bam. Bam. Alter Schwede, sie sind ein bisschen nervig, würde ich sagen. Ha, geil. Können wir noch nicht mal. Probieren wir es mal so. Und die machen Multischuss. Heute schon was rauskommen. Die gehen. Haben nicht diese... Mit dem Verflugsein natürlich drauf. Das ist natürlich eigentlich schon geil. Okay. Aber wie halten die denn tatsächlich aus? Bist du jetzt sterben? Was ist das so geil? Wurde auch Zeit. Was ist das nicht am Fallen? Ein Klub und Abpulver. Okay. Nehmen wir hin. Hier haben wir noch eine schöne Truhe. Okay, die sind einfach. Machen wir so. Zauber. Zack. Teilen. Können wir noch kurz hier heilen. Und hier haben wir noch einen Multischuss. Das hat auch natürlich was, dieses MP-Teil. Das war gar nicht schlecht. Für so einen letzten Moment, sein MP. Weil der braucht ja kaum was. Das meiste, was man wirklich hat, ist das hier. Und der Rest braucht man nicht. Teil es eben auf und fertig. Ach komm, hier. Mal selbst die, wenn wir die einsetzen hier. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was fehlt, ist eine Multi-Heilung. Die fehlt eigentlich so. Und wamm. Oh, ein kleiner Leck. Nichts fallen gelassen. Schade. Schauen wir mal eben drumherum. Monster-mäßig. Nichts. Okay, dann schauen wir mal was. Nein, jetzt kommt der wieder vom Monster. Nein, doch nicht. 400 Zauberwasser. Ja, gut. Das macht jetzt nichts. Jetzt habe ich den. Transformieren nach da unten hin. So. Eisennagel. Das muss ich mal wirklich schauen, was ich noch in den Topf reinschmeißen kann. Lapppulver. Dafür habe ich keine Milch mehr. Heiligenasche. Die hatte ich da mit. Ne, wofür hast du die? Die zweite Heiligenasche. Ach, für eine Rüstung. Eisenschild. Drachengot. Ja, da hat er den Weisheitsam. Den kann man auch nur benutzen. Nichts. Ich weiß gerade nicht. Ah, ne. Da. Okay, die Weisheit kriegt er. Benutzen. Eisenland, da hatten wir da irgendwas. Das könnte ich jetzt mal eben. Tschöck. Das taucht nämlich jetzt mittlerweile rechts bei mir auf. Da hat er so einen Moment. Rezepte. Schauen wir eben nach. Wir können bestimmt noch diese Eisenlanze, bestimmt Eisenlanze, Eisenlanze. Die Pressenstock, okay. Dann haben wir Langsperr, okay. Das ist ein bisschen blöd. Ähm. Eisennagel haben wir noch. Viele. Wir haben Steinschutzzellen. Zauberrobe haben wir. Zauberrobe. Zauberrobe und gelehrten Kappe. Habe ich natürlich nicht, glaube ich. Ne. Ne, die habe ich nicht. Sagen wir denn noch. Netzstrümpfe und. Was wäre. Ne, schade. Ich weiß gar nicht, was die da wegmachen. Ach, haben wir sogar zwei. Der ist auch übrig. Was haben wir denn noch? Wir haben ein Eisenschild. 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 Eisenschild und Silberplatte. Haben wir auch nichts. Hm. Heiligen Asch und. Okay. Dann haben wir noch Eisenmaske. Eisenkopftuch. Die Eisenmaske hat aber auch nichts. Schade. Was habe ich für Ringe? Das war das Eisenschild. Kann ich noch gucken. Ne, das hatte ich schon. Äh. Mal gucken. Zauberhut. Eventuell. Ritterrüstung. Jetzt können wir nur eine kleine Rezeptrunde. Ritterrüstung. Ich weiß, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich sehe das. Gebetsring und Schutzrubin. Hab ich das denn? Gebetsring und Schutzrubin. Schutzrubin habe ich. Nee. Äh. Da haben wir. Nee. Kann ich eigentlich. So. Hm. Mist. Du hast mir da Ritterrüstung amachen können. Schade. Banditen-Bastorock. Zauberhut und ein. Und ein Zauberstab. Okay. Dann müssen wir einen anderen Stab haben. Oder noch einen Stab kaufen. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo den irgendwo herbekommen haben. Goldring und Magiesam. Okay. Dann haben wir Gebetsring. Hätten wir dann das. Na ja, gut. Ich würde dann aber sagen, ich trainiere noch ein bisschen. Und, ähm. Dass wir noch ein bisschen höher kommen. In den Leveln wieder ein bisschen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es bleibt wieder geholfen. Zwei kurze Parts. Ein bisschen, äh. Schauen, was für Rezepte wir noch haben. Und was wir verkaufen können. Und wir würden sagen, bis dahin. Euer Flasche-Torpea. Und bis zu den nächsten Folgen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Pause.